Wir genießen unseren Sieg, das Pokal ist das erste Spiel in der Saison und das war wichtig, hier mit einem Sieg zurück in Gladbach zu kommen und das war wichtig für uns und wir genießen das. Mal sehen, was passiert bis Samstag. Die Woche ist kurz, weil wir fliegen zurück morgen, Training morgen nach Mittag und nachher wir fahren nach Dortmund schon am Freitag. Wir können diese Woche nicht ganz trainieren, aber das ist so, das ist auch gut manchmal. Wir haben sehr gute Junge im Kader, viele, viele 19-, 20-Jährige, 22-Jährige, sehr, sehr viele und sie sind im Kader, weil sie gut sind. Punkt. Und sie haben das Potenzial mit Gladbach zu spielen.